Der chinesische Hersteller Buildrocks hat sich inzwischen einen sehr guten Namen gemacht und das übrigens nicht nur mit Objektiven, sondern auch mit Adapterringen. Es gibt zum Beispiel einen ganz tollen Adapter, mit dem sich Objektive mit Canon EF-Mount an Fujifilm Kameras nutzen lassen. Auch bei Buildrocks lohnt es sich aber nach Firmware-Updates zu schauen, denn beim 56mm f1.4 Objektiv zum Beispiel, da wurde dessen Autofokus-Leistung durch ein solches erheblich verbessert. Ein solches Firmware-Update, das geht bei Buildrocks sehr einfach von der Hand, wenn man weiß wie, und das zeige ich dir hier jetzt mal eben. Du findest die Updates auf der Herstellerseite www.wildrocks.com. Möglicherweise wird sie zuerst auf Chinesisch geladen. Wer das nicht kann, oben rechts ist aber neben einer Weltkugel ein kleines Dropdown-Menü zur Umstellung der Sprache und dort kannst du dann eben Englisch wählen. Ich zeige das hier übrigens am Beispiel eines Firmware-Updates für ein Fujifilm-Objektiv, also für ein Fujifilm-Wildrocks-Objektiv. Das Update-Prozedere, das ist aber für alle Produkte von Wildrocks exakt gleich. Du kannst dieses Video also auch schauen, wenn du einen Adapterringen oder eine Wildrocks-Waschmaschine aktualisieren möchtest. Bevor es losgeht, benötigst du ein USB-Mini-Kabel, ne, ein Mini-USB-Kabel, so heißen die, glaube ich. Die sind zwar nicht mehr ganz so weitläufig vertreten, möglicherweise hast du aber noch ein solches von einem älteren Mobiltelefon, Ladegerät oder irgendwo sonst rumliegen. Jedes Wildrocks-Produkt hat nämlich irgendwo einen solchen USB-Anschluss versteckt und um das Update aufzuspielen, muss eben dieser mit einem USB-Anschluss an deinem Computer verbunden werden. Kleiner Tipp am Rande, oft funktioniert sowas nicht, wenn die Verbindung nicht über einen der fest am Computer eingebauten Anschlüsse hergestellt wird. Du solltest also keinen Hub nutzen, denn sonst könnte es sein, dass der Computer dein Wildrocks-Objektiv oder den Adapterring nicht erkennt. Im Bereich Downloads suchst du dann auf der Wildrocks-Seite in der linken Spalte die richtige Produkte-Kategorie aus und es erscheint dann eine Liste mit verfügbaren Updates. Hier siehst du übrigens auch Objektiv-Profil-Lateien und als Bonus zeige ich dir in diesem Video dann auch mal, wie du diese installieren kannst. Schauen wir aber erstmal nach dem Firmware-Update und da ist es auch schon. Auf der Folgeseite wird dann auch kurz beschrieben, welche Vorteile das Update bringt. Bei allen Herstellern ist es aber meist so, dass eben neben den offiziell genannten Fehlerbeschreibungen auch noch so einiges unter der Haube verbessert und gefixt wird. Es empfiehlt sich also unbedingt auch dann ein solches Update zu machen, wenn dir die genannten Produkte, äh Punkte, hier jetzt nicht so wichtig erscheinen sollten. Ich lade die Datei also runter und wo ich schon mal dabei bin, nehme ich dann auch gleich die Objektiv-Profil-Datei mit und hier siehst du dann auch kurz ein paar Erklärungen betreffend Installation und Anwendung, aber ich zeige das nachher auch nochmal. Das Firmware-Update, das muss dann auch entpackt werden. Dazu reicht ein Doppelklick auf die heruntergeladene Datei und das Objektiv-Profil, das entpacke ich dann auch gleich mal mit. Darum kümmern wir uns dann später noch. Jetzt verbindest du das Objektiv oder den Adapterring per USB-Kabel mit dem Computer und nach kurzer Zeit sollte das verbundene Produkt als externes Laufwerk erscheinen. Sollte das nicht der Fall sein, überprüfe, ob du auch wirklich einen der fest eingebauten USB-Anschlüsse an deinem Computer genommen hast. Bei Windows-PCs, da gibt es oft Probleme, wenn Hubs oder Adapter für sowas verwendet werden. An einem neueren Mac kannst du auch einen Adapter von USB-C auf USB verwenden, wenn es nicht gerade so richtig billiger gewesen ist. Ein weiterer Grund kann aber auch das Kabel sein. Wenn es sich dabei nur um ein billiges, dünnes Ladekabel handelt, dann solltest du es gegen ein hochwertigeres Austauschen, das auch Daten übertragen kann. Nachdem das Objektiv oder der Adapterring als Laufwerk erkannt wurde, muss nun lediglich das Verzeichnis geöffnet werden, das durch das Entpacken der heruntergeladene Datei entstanden ist und darin suchst du dann nach einer Datei mit der Endung dat. Versuche aber nicht, diese Datei zu öffnen, sondern schiebe sie lediglich auf das Laufwerksymbol deines Objektivs oder Adapterrings und lasse sie dort per Drag & Drop fallen. Sie wird damit auf das Objektiv oder den Adapterring kopiert und nach einigen Momenten verschwindet das externe Laufwerk dann wieder. Das ist Zeichen dafür, alles hat geklappt, das Update ist fertig. Das war's dann schon. Du kannst die USB-Verbindung dann trennen und dich über eine erfolgreiche Aktualisierung freuen. Ich freue mich übrigens auch über einen Daumen hoch für dieses Video und wenn du meinen Kanal abonnierst, falls nicht bereits geschehen, denn damit hilfst du mir hier auf YouTube weiter zu wachsen. Bleibt noch das Objektivprofil. Wer mit Fujifilm unterwegs ist und Fujifilm Objektive nutzt, der braucht sich um solche Objektivkorrekturprofile nicht scheren, denn die sind bei den Fujifilm eigenen Objektiven bereits integriert bzw. werden von der jeweiligen Kamera mit in die Datei, in die Bilddatei geschrieben. Bei Fremdobjektiven, die sind von Buildrocks, kann es aber hilfreich sein, solche Profile zu nutzen, um Verzerrungen oder Vignettierungen in der Nachbearbeitung leicht entfernen zu können. Öffne dazu das Verzeichnis, in das du die runtergeladene Objektivkorrekturdatei entpackt hast und markiere die Dateien mit der Endung LCP. In diesem Verzeichnis befindet sich dann auch noch eine PDF-Datei mit einer etwas genaueren Installationsanleitung, aber das hier sollte eigentlich auch reichen. Auf einem Mac muss ich übrigens zunächst ein verstecktes Systemverzeichnis sichtbar machen. Dazu gehe ich im Finder ins Gehe-zu-Menü und halte dann die Option-Taste gedrückt und du siehst, es erscheint ja ein weiterer Eintrag Library und diesen wähle ich dann auch aus. Hier navigiere ich dann zum Verzeichnis Application Support und dann Adobe und schließe ich Camera Raw, dann Lens Profiles und 1.0 und ich kopiere diese beiden Dateien mit der Endung LCP eben in dieses Verzeichnis und damit sind diese Profile dann auch ab dem nächsten Start von Photoshop oder Lightroom auch verfügbar. An einem Windows-PC, da findest du das richtige Verzeichnis hier. Ja und das war es dann auch schon. Wenn dir das Video gefallen hat, klicke einmal auf Daumen hoch, wenn es dir nicht gefallen hat, klicke zweimal auf Daumen nach unten. Bis dahin, man sieht sich! bis dahin, man sieht aus! 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 Bis dahin! Bis dahin, man sieht aus! Bis dahin, man sieht aus! Bis dahin, man sieht aus! Vielen Dank.